Man merkt es ja schon an deiner Stimme. So eine Piepsstimme wie du, die hat nur ein Mädchen. Aber hat der Franz gar keine Piepsstimme. Piepsig redet er nur, wenn er sich auflegt. Und das tut er, wenn ihn die anderen für ein Mädchen teilen und nicht mitspielen lassen. Einmal an einem Sonntag schaute der Franz aus dem Küchenfenster. Da sah er unter dem Hof einen Buben. Einen, den er noch nie im Hof gesehen hat.